2 hoch x und das Ganze hoch 6 soll 0,125 ergeben. Welchen Wert hat x hier? Wolltest du es alleine probieren? Dann klicke ich kurz auf Pause. Ich löse in 3, 2, 1 und los geht's. Vergiss nicht, dein Abo dazulassen und jetzt gibt es die Auflösung. Zuerst die 0,125 kann ich als Buch schreiben, nämlich 1 Achtel. Wie komme ich auf 1 Achtel? Ganz einfach, ich schreibe die Nachkommastellen in den Zähler. Das sind 3 Ziffern, also kommt in den Nenner eine 1 mit 3 Nuller. Das kann ich jetzt kürzen mit der 125 zu 1 Achtel. Jetzt kann ich die 8 auch als Potenz schreiben. 8 ist nämlich 2 hoch 3, nämlich 2 mal 2 mal 2. Jetzt kann ich hier ein Potenzgesetz anwenden. Habe ich einen negativen Exponent, schreibe ich das immer 1 durch und die ganze Potenz kommt in den Nenner mit umgedrehtem Vorzeichen. Genauso umgekehrt habe ich eine Potenz im Nenner, kann ich die nach oben holen und muss das Vorzeichen umdrehen. Das 2 hoch plus 3 wird also 2 hoch minus 3. Jetzt kann ich hier ein Potenzgesetz anwenden. Wenn ich nämlich eine Potenz potenziere, dann kann ich die Exponenten miteinander mal nehmen. Hier rechne ich also 2 hoch x mal 6. Wir erkennen jetzt, beides Mal habe ich die 2 als Basis, die ist gleich. Wegen des Istgleichzeichens müssen dann die Exponenten auch gleich sein. Das heißt, x mal 6 muss das gleiche sein wie minus 3. Und jetzt einfach noch nach x auflösen. Die 6 soll auf die rechte Seite, dazwischen ist ein Malpunkt, ich rechne also das Gegenteil, aber in sein geteilt durch 6. Minus 3 geteilt durch 6 ergibt für x minus 0,5. Das ist auch die Lösung. Schreibt mal in die Kommentare, wie schwierig ihr die Aufgabe fandet und wie ihr vorgegangen seid. Bis zum nächsten Video. An dieser Stelle möchte ich mich noch recht herzlich bei all meinen aktuellen Kanalmitgliedern bedanken. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ich teile niemals durch 0, aber teile dieses Video, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.